Musik Und Clara, was machen wir beiden Schönes? Oder wollen wir mit ins Fußballstadion? Ich habe eigentlich gar keine Lust. Also Sophie, um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Ach, das artet nur wieder aus, die Männer und das Fußballstadion und wenn dann auch Spieler da sind und ach nee, da habe ich keine Lust zu. Also ich auch nicht, Clara. Mir hat das letztes Mal wieder gereicht, da diese stundenlange rumgestehe und gewarte, dass da irgendwelche Spieler kommen. Nee, nee, das ist nicht mein Ding. Um ehrlich zu sein, habe ich das gehofft, dass du das sagst. Ja, ich habe meine Schwimmsachen eingepackt. Wollen wir dich mit den Kindern in den Aquapark fahren? Da freuen die drei sich bestimmt. Oh ja, das ist eine gute Idee, da hätte ich auch richtig Lust zu. Ja, und im Sommer habe ich es irgendwie nicht geschafft. Ja, dann können wir das doch machen. Wollen wir die Kinder fragen, ob sie auch Lust haben? Vielleicht ist der Jogi Löw ja auch heute da, man kann ja nicht wissen. Ach man, Linus. Ach, dieses Auto ist echt cool. So eins hätte ich auch gerne. Hey Emma, aber nicht so doll an der Hand ziehen. Das tut doch weh. Ob wir wohl heute irgendwas unternehmen? Wir unternehmen doch immer was, wenn wir hier sind. Also, meine Mami hat vorhin gesagt, dass ja mein Papa und der Christian heute auf jeden Fall ins Fußballstadion fahren. Vielleicht kommen wir da ja alle mit. Also Lukas, Clara und ich, wir haben absolut keine Lust ins Weserstadion. Wir würden total gerne mit den Kindern in den Aquapark fahren. Ja, da haben doch alle was von. Ihr könnt euch in Ruhe das Fußballstadion angucken und wir fahren mit den Kindern in den Aquapark. Ja, was ist denn mit Markus? Der will bestimmt mit. Also, mit uns. Markus ist schon groß genug. Er kann selbst entscheiden, wo er mit hin will. Von mir aus könnt ihr ihn auch gerne mitnehmen. Das soll er selber entscheiden, was er lieber machen möchte heute. Also Kinder, Clara und ich, wir hatten eine ganz tolle Idee. Wir würden gerne mit euch zusammen in den Aquapark fahren. Habt ihr da Lust zu? Markus, ich sag dir aber auch ganz ehrlich, dass Papa ins Weserstadion fahren will zusammen mit Lukas. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne mit den beiden mitfahren. Och Mann, wie cool. Ich wollte schon immer mal hier in den Aquapark. Ja gut, Kinder. Dann, Markus, du entscheide dich bitte gleich und ihr beiden anderen, ihr könnt euch ja schon mal fertig machen. Wir wollen jetzt auch bald los. Och, wie soll ich mich denn da entscheiden? Das ist doch beides cool. Können wir nicht lieber morgen in den Aquapark fahren? Wir haben doch noch zwei Tage Ferien. Nein, Markus, du musst dich jetzt entscheiden, was du heute lieber möchtest. Morgen fahren wir nicht in den Aquapark. Also das ist ganz schön schwer, Markus. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ja, Linus, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich würde gerne ins Weserstadion, aber ich würde auch gerne schwimmen gehen. Ach Emma, zum Glück haben wir solche Probleme nicht. Wir fahren einfach zum Schwimmen. Im Weserstadion könnte ich coole Spieler treffen, aber ich könnte auch Pech haben und es ist keiner da. Ja, Markus, das stimmt. Also ich würde mich sehr ärgern, wenn Papa erzählen würde, dass er Jogi Löw getroffen hat und ich nicht. Ja, aber auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass Jogi Löw hier ja im Stadion abhängt. Ja, aber der Aquapark ist bestimmt richtig cool, oder? Also ich finde den schon richtig cool. Nele, komm mal eben bitte. So Emma, du bleibst schön hier. Na, Markus, hast du entschieden. Aquapark oder ja, hier, Weserstadion. Äh, wohin kommst du mit? Ach, die Entscheidung ist wirklich schwer. Ja, was möchtest du denn, Mama? Warum schreibst du denn hier so rum? Nele, wir möchten gerne Brötchen mitnehmen ins Schwimmbad. Bist du eben so lieb und gehst eben zum Bäcker rüber? Der Bäcker ist ja hier gleich gegenüber. Hier sind 10 Euro. Holst du, ähm, warte mal eben. Ja, hol mal 10 Krosse. Ich glaube, das reicht. Ach ja, und ein weiches Brötchen für die Emma. Die kann ja noch nicht auf so einen Krossen rumkauen. Ach, kann ich mitkommen? Ich würde gerne mitkommen, bitte. Also 10 Krosse und ein weiches Brötchen. Das bekomme ich wohin? Also von mir aus kann Linus gerne mit. Also von mir aus kann Linus auch gerne mit dir mit. Zum Bäcker ist es ja nun wirklich nicht weit. Ja, aber Linus, du musst dir versprechen, dass du gut auf die Nele hörst. Ach, Mensch, Sophia. Linus hört doch immer gut auf mich. Ich hab ja heute schon so oft ihn irgendwo mit hingenommen. Auch in Italien. Mach dir nicht immer so viel Gedanken. Ich pass doch gut auf ihn auf. Ich weiß doch, Nele. So war das doch auch nicht gemeint. Ja, habt ihr vielleicht so eine kleine Tasche, wo ich das Geld reintun kann? Oder so ein kleines Portemonnaie? Ich hab immer Angst, dass ich Geld verliere. Nein, leider nicht, Nele. Aber nehm doch einfach hier Linus' Kindergartentasche mit. Die ist doch klein genug. Da könnt ihr vorne das Geld reinstecken. Dann verlierst du es nicht. Soll Linus die Tasche tragen oder willst du die tragen, Nele? Na nun, wo kommt denn die Tasche jetzt her? Ach du Schreck, das ist doch Hannas Tasche. Was macht die denn hier bei uns? Oh je, Mini. Ja, Linus, das frage ich mich auch gerade. Ach, ich glaube, sie hat die am Freitag hier vergessen, als Kürbisschnitzen war hier bei uns, oder? Kann das sein? Ja, wird wohl so gewesen sein. Ja, aber heute sind ja Ferien. Ne, ne, Linus, du hast heute nur Ferien, weil wir Besuch haben. Hanna ist in der Kita. Ach du Schreck, denn hat sie ja gar keine Tasche und gar keine Brotdose. Oh je, sie hat bestimmt Hunger. Ich muss ihr die Tasche bringen. Und ja, ich muss ihr denn auch Frühstück bringen. Sie hat doch gar nichts in ihrer Brotdose, weil sie ja gar keine Brotdose hat. Ach Linus, Martina wird schon sich was einfallen gelassen haben. Wir können dir die Tasche ja übermorgen mitbringen, wenn du wieder in die Kita gehst. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob die Tasche hier hängt. Das kann ja nicht sein, dass die weg ist. Ja, Hanna, wer weiß, wo du die wieder hingelegt hast. Ach Mann, hier ist die auch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich verstehe das einfach nicht. Die kann doch nicht einfach verschwinden, diese Tasche. Vielleicht hat Silke sie ja auch gefunden und weggetan. Wir fragen mal. Guten Morgen, Hanna. Du bist aber heute spät dran. Ja, hallo Marie. Sag mal, hast du meine Tasche gesehen? Ich kann sie einfach nicht finden. Hm, du hast da eine pinke Tasche mit so einem Käfer drauf, oder? Ja, genau. Nee, also die habe ich nicht gesehen. Aber komm, wir gucken nochmal zusammen. Also hier sehe ich jetzt auch keine. Habt ihr hier schon geguckt? Ja, haben wir schon. Die Tasche ist einfach weg. Hanna, am besten schaust du jetzt nochmal hier in der Kita rum. Irgendwo wird sie hier wohl liegen. Ja, aber jetzt habe ich doch gar kein Frühstück. Hanna, mach mich bitte heute nicht verrückt. Ich habe dir zu Hause auch schon gesagt, dass ich dann gleich zum Bäcker gehe und dir da ein Brötchen hole, ja? Du wirst heute nicht verhungern. Keine Angst. Hanna, wir haben sonst auch eine Kleinigkeit. Hier liegen noch ein paar Äpfel rum und Karotten. Also von einem Äpfel und von einer Karotte werde ich wohl kaum satt. Nee, nee, ich möchte gerne ein Brötchen haben. Aber so ein weiches. Ja, gut, Hanna, dann gehe ich eben kurz zum Bäcker und du gehst bitte nochmal einmal bei Silke fragen, ob sie vielleicht weiß, wo die Tasche ist. Ja, und dann gehst du bitte nochmal tief in dich, wo du diese Tasche hingelegt hast. Die kann ja nicht einfach so weg sein. Na, no, wo ist Linus denn? Ich bin doch heute schon so spät dran. Guten Morgen, Hanna. Na, bist du heute aus dem Bett gefallen? Hast du verschlafen? Du bist ja sehr spät für deine Verhältnisse. Nee, ich habe nicht verschlafen. Meine Tasche ist weg. Und wo ist Linus überhaupt? Ja, Linus ist doch die nächsten zwei, drei Tage nicht in der Kita. Die Mama hat heute Morgen angerufen, weil sie Besuch bekommen haben. Ja, und deshalb bleibt Linus jetzt zwei, drei Tage zu Hause. Solange man nicht in der Schule ist, kann man das gerne mal machen. Och Mann, was für ein blöder Tag heute. Sag mal, Silke, hast du meine Tasche gesehen? Ich finde sie einfach nicht mehr wieder. Hm, also ich habe deine Tasche auch nicht gesehen. Aber hast du mal an der Garderobe geguckt? Ja, natürlich, Silke. Also, Sophia und Linus, bevor ihr euch jetzt hier weiter streitet, habe ich eine Idee. Wie weit ist denn die Kita weg? Die ist doch nicht weit weg. Dann schmieren wir eben halt der Hanna ein kleines Brot und danach, ja, gehen wir schnell zum Bäcker. Aber davor bringen wir natürlich Hanna die Tasche mit der Brottose in den Frühstück. So sind alle glücklich. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Haben wir denn noch Brot? Also, ich gehe nirgendwo hin. Erst, wenn Hanna ihre Tasche hat. Ich merke das schon, Linus. Na gut, dann gucke ich mal eben, ob wir noch Toastbrot haben und ihr kümmert euch schon mal um den Brotbelag, oder? Ja, also man kann doch seine Freundin nicht verhungern lassen. Das geht doch nicht. Ja, Linus, wir haben es jetzt verstanden. So, jetzt beeil dich, sonst können wir nicht mehr in den Aquapark. Meinst du, es zwei Scheiben reichen für Hanna? Komm, Linus, wir gehen einmal an den Kühlschrank und gucken, was da noch so für Aufschnitt und Aufstrich drin ist. Ja, wir müssen ja für Hanna irgendwas drauf machen. Sie kann ja nicht nur trockenes Brot essen. Hm, also was haben wir denn da so? Was mag Hanna denn alles? Also, wenn es danach geht, mag Hanna fast alles, ja. Aber Marmelade isst sie morgens ganz gerne. Und was sollen wir ihr zu trinken mitgeben? Also, eigentlich darf Hanna immer nur so Wasser trinken und so Saft. Schau mal, ich habe hier noch Marmelade gefunden und Käse. Da wird sie sich bestimmt drüber freuen. So, jetzt aber hier ein bisschen schnell. Ich will unbedingt noch in den Aquapark. Okay, dann machen wir also auf das eine Brot Butter und Käse und auf das andere machen wir Marmelade. Ohne Butter, das mag Hanna ja nicht. Das habe ich im Urlaub gesehen. Hier, Nele, noch eine Scheibe Toast. Ich glaube, das sollte dann reichen für Hanna. Ja, Linus, dann halt mal hier bitte einmal die Kante fest. Dann machen wir hier ein bisschen Apfelschorle ausnahmsweise. Und dann stecke ich ihr noch Apfel oder Banane? Ich stecke ihr eine Banane ein. So, ich glaube, wir haben jetzt alles. Was zu trinken, was zu essen und ein bisschen Obst. Ich glaube, das sollte reichen für Hanna. Okay, das Geld stecke ich jetzt einfach auf meine Hosentasche. Ich werde es schon nicht verlieren. Geht bitte über den Zebrastreifen und trödelt bitte nicht. Ach, Sophia, Linus ist so ein lieber Junge. Wir beeilen uns versprochen. Und Kinder, bitte direkter Weg. Direkter Weg in die Kita und direkter Weg zum Bäcker. Und direkter Weg nach Hause. Bitte. Ich möchte mir keine Sorgen um euch machen. Hey, wo wollt ihr denn hin ohne mich? Die beiden gehen eben kurz zum Bäcker und auch in die Kita. Die Hanna hat ja ihre Tasche hier irgendwie hängen gelassen und jetzt hat sie kein Frühstück. Und Hanna und Linus waren so nett und haben mir eben schnell ein Frühstück gezaubert. Ach, ich will auch mit mit Hanna. Ja, also ich meine zu Hanna. Ja, kann ich schnell noch hinterherlaufen? Hm. Ja, aber vorsichtig, Markus. Beeil dich denn jetzt. Und hör auf deine Schwester. Och, hier ist aber ein schöner Park. Wollen wir da nicht mal eben kurz durchlaufen? Nein, Markus. Mama hat doch gesagt, wir sollen auf dem direkten Weg zum Kindergarten gehen und danach auf dem direkten Weg zum Bäcker. Wir laufen jetzt erstmal zur Kita. Na gut, Linus. Dann mal rein an die gute Stube. Wir müssen uns jetzt beeilen. Oh, hallo, Linus. Was machst du denn hier? Ich dachte, du machst heute blau. Ja, also wie meinst du das, dass ich blau mache? Also, das verstehe ich nicht. Ich wollte nur Hanna in ihre Tasche bringen. Ach, du hast ihre Tasche. Ja, also blau machen bedeutet, dass man quasi nicht zur Arbeit geht. Oder ja, nicht in die Kita, obwohl man nicht krank ist. Ja, ähm, da wird Hanna sich jetzt aber freuen. Ich glaube, die ist gerade draußen und spielt. Dann bringe die mal schnell. Was sind das denn eigentlich noch für Kinder? Ja, also das ist mein Cousin und meine Cousine. Die hat nur auf mich aufgepasst. Ja, Linus, jetzt beeil dich. Wir wollen doch in den Aquapark oder ins Weserstadion. Übrigens haben wir auch Frühstück gemacht für die Hanna. Ja, jetzt komm, Linus, beeil dich. Also, vor allen Dingen haben wir Frühstück gemacht. Du erntest immer die Lorbeeren für Dinge, die du nicht getan hast. Du hast gar nicht geholfen. Das Frühstück hat Linus gemacht. Und ich habe ihm ein bisschen geholfen. Ja, ist ja jetzt gut. So, jetzt beeilt euch. Wir wollen jetzt los. Wie gesagt, Hanna ist gerade draußen und sie hat ihre Tasche wirklich vermisst. Dann geht mal schnell los. Hm, was sind das denn da für zwei Kinder? Die kenne ich ja gar nicht. Die sind doch auch viel zu groß für die Kita. Guck mal, Nele, da vorne ist Hanna. Ja, ich sehe sie gar nicht. Hä, und was macht Linus denn jetzt hier? Seine Mama hat doch heute Morgen angerufen, dass sie Besuch haben und er erstmal nicht kommt. Verstehe ich alles nicht. Hey, äh, Markus und Nele, was macht ihr denn hier? Ach, und Linus, du bist ja auch da. Was macht ihr denn hier? Wollt ihr alle heute in die Kita? Guten Morgen, Linus. Ich dachte, du kommst heute nicht. Deine Mama hat extra angerufen, um zu sagen, dass du heute nicht kommst. Was machst du denn hier? Ja, hallo Silke erstmal. Ich wollte nur, ja, der Hanna ihre Tasche bringen. Sie hat die bei uns vergessen. Und ich dachte, vielleicht hat sie Hunger und sie brauchte ihre Brotdose und alles. Meine Cousine und mein Cousin wollten unbedingt mit, weil wir gleich noch in den Aquapark wollen. Ja, wir müssen uns jetzt auch beeilen. Guck mal, Hanna, was wir heute Morgen gefunden haben bei uns an der Garderobe. Ach, Linus, ich werd verrückt. Stimmt ja, ich hab dir am Freitag bei euch mitgenommen, als wir Kürbisse geschnitzt haben. Oh, ich hab den halben Morgen diese Tasche gesucht. Ja, und wir haben dir auch Frühstück gemacht. Also, Nele und ich, wir hatten Angst, ja, dass du verhungerst. Ach, Linus, wie süß du bist. Danke, 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 dass du mir meine Tasche gebracht hast. Und hast du mir echt Frühstück gemacht? Ja, zusammen mit Nele. Sie hat mir geholfen. Ach, Hanna, das hab ich doch gerne gemacht. Das würdest du doch auch für mich tun. Ach, Linus, das bedeutet mir so viel. Vielen Dank. Auch, dass du mir Frühstück gemacht hast mit Nele. Ja, und dass ihr hier alle hergekommen seid und mir die Tasche schnell noch gebracht habt. Das ist echt toll. Du bist wirklich ein ganz toller Freund. Ich kann mir keinen besseren, äh, besten Freund vorstellen als dich. Ach, Hanna, du bist ja auch meine beste Freundin. Für dich mach ich das doch gerne. Mensch, Hanna, du kannst sehr, sehr glücklich sein, dass du so einen Freund hast wie Linus. Sowas ist nicht selbstverständlich. Ich weiß. Danke nochmal, ihr drei. Und viel Spaß im Aquapark. Ja, hallo, Kinder. Och, da hat Hanna sich aber gefreut, oder? Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr unbedingt mit in den Aquapark wollt. Habt ihr auch schon mal eurem Freund oder eurer Freundin einen großen Gefallen getan? Dann schreibt es uns doch auch in die Kommentare. Und zu guter Letzt verlinke ich euch hier an den Seiten noch ein paar Videos und unseren Abonnier-Button. Da könnt ihr einfach draufdrücken, wenn ihr Interesse habt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag und hoffentlich sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss.